Das Schönste ist immer, wenn man zusammen was Neues lernt, ob es ein Lied ist oder ein Musikstück ist. Es hat eine innerliche Verbindung in mir drinnen. Ich kann das spüren. Ich liebe Musik von Herzen. Das ist einfach schön hier im Konzerthaus. Der große Saal und so. Das ist schon echt gut. Ich freue mich wahnsinnig. Exzellenz kann nur aus einer breiten Basis werden. Und die breite Basis, die braucht Flexibilität, Freude, Respekt, Können und Zuwendung und ernst genommen sein. Und wenn das geschieht, dann wächst die Exzellenz von selber. Es ist egal, ob es der Dozent ist oder ob es ich bin oder der Intendant vom Konzerthaus oder dieser Lia. Es ist ganz egal. Es ist einfach so unmittelbar und barrierefrei auf allen Ebenen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Wiener Konzerthaus. Viel Spaß mit unserer Band. Applaus! Das Schöne und das Besondere an der Sommermusikwoche ist, dass Musik die Kraft hat, wirklich alle Menschen auf eine Ebene zu stellen. Also ob man neun Jahre ist oder 74 Jahre, ob mit oder ohne Behinderung. Das ist beim gemeinsamen Musizieren bei dieser Art der Workshops wirklich völlig irrelevant. Das braucht exzellente Lehrer. Und die habt ihr. Es ist so eine Freude, es zu schaffen, dass neun unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen Vier Stunden als Gemeinschaft mit Konzentration, mit Interesse, mit ganz unterschiedlichem Können Schubert musizieren. Ja, was will man mehr? Bravo, zusammen! Ich bin sehr stolz darauf, ein Förderer dieses Hauses zu sein. Ich finde das großartig, dass man die Aufgabe des Konzerthauses nicht nur darin sieht, Konzerte zu organisieren und Tickets zu verkaufen, sondern dass man einen kulturellen Auftrag sieht, auch in die Bezirke zu gehen und versuchen, Personen für Musik zu interessieren, die normalerweise weniger kulturaffim sind und die Schwellenängste haben vor der Hochkultur. Es krippelt richtig in meinem Bauch. Es krippelt richtig in meinem Bauch. Wärt ihr wieder mit dabei? Haha. Wir haben schon Programm für nächstes Jahr. Wir haben schon gesprochen, was wir nächstes Jahr machen könnten. Vielleicht. Nein, wir wären. Also das wäre das Schönste. Wir wären wieder dabei, glaube ich. Wäre wirklich schön. WAutomIN W dauern. Wcious Vielen Dank.